Hallo So und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Das Frühjahr ist traditionell die Zeit, wo viele Uhrenfirmen ihre neuen Uhren vorstellen und natürlich ist das bei Sinn nicht anders. Es ist schon fast so etwas wie Tradition, dass ich, wenn Sinn neue Uhren vorstellt, kurz hinfahre und sie abfilme, um sie euch auf meinem Kanal zeigen zu können. Wegen Corona mache ich das dieses Jahr nicht. Ich versuche, alle Präsenztermine und alle Treffen weitgehend zu reduzieren. Aus diesem Grunde fahre ich nicht zu Sinn und habe gedacht, ich würde sie gar nicht vorstellen. Aber dann hat mir ein Abonnent meines Kanals, ein Zuschauer, in einen Kommentar geschrieben, naja, zeig sie uns doch trotzdem. Und wenn du nur eine Aufstellung machst, sie aneinander stellst und was dazu sagst. Eigentlich finde ich das nicht gut, Neuvorstellungen nur anhand von statischen Bildern zu zeigen. Aber in Ermangelung von bewegten Bildern und in Ermangelung eines persönlichen Treffens habe ich mich entschieden, es trotzdem zu machen. Das Gute ist, es sind viele bekannte Modelle dabei, zu denen man tatsächlich etwas sagen kann, ohne dieses spezielle neue Modell gesehen zu haben. Und es sind einige neue Sachen dabei, die man aber anhand der Spezifikationen zumindest in der Theorie bewerten kann. Und genau das werde ich jetzt tun. Es hat im Bereich Herrenuhren sieben neue Uhren gegeben und im Bereich Damenuhren drei neue Uhren. Ich fange mal mit den Damenuhren an, weil ich die nur ganz kurz abhandeln kann. Es hat drei Modelle gegeben, der Serie 434, alle drei Quarz getrieben, im Preisbereich zwischen 490 Euro und 4590 Euro. Dazwischen liegt alles von Stahl und einfacher Lunette über Gelbgold und Gelbgold mit Diamanten oder Brillanten besetzt. Die Uhren sehen gut aus. Für 490 Euro ist es sogar ein sehr, sehr fairer Preis, wie ich finde. Ob man jetzt eine Sinn-Damenuhr mit Quarzwerk für 4500 Euro braucht, ich lasse die Frage mal offen, mag sie an dieser Stelle nicht beantworten. Ich weiß aber genau, meine Frau würde sie nicht kaufen. Bei den sieben Herrenmodellen oder bei den sieben klassischeren Modellen, die traditionell etwas eher in der Sinn-Produktlinie verortet werden können, fällt mir die Bewertung deutlich leichter. Ich blende euch hier mal ein Bild ein mit den sieben neuen Uhren. Wir haben hier als erstes die 104 ST, SA, I für Indizes und MG für metallisch grün. Von den Ausmaßen her eine klassische 104 mit 41 mm im Durchmesser, 20 mm Bandanstoß und einer Höhe von 11,9 mm. Wasserdicht bis 200 m und angetrieben durch ein Selita SW220. Der Preis liegt am Lederband bei 1250 Euro und am Stahlband bei 1540 Euro. Ein integriertes Silikonband wird nicht angeboten. Das Grün ist ein wirklich fantastisches Grün, wenn es denn exakt das gleiche Grün ist, das es schon bei der Elimitierten 103 gab. Und hier kommt mein erster Kritikpunkt, wäre zu viel, ein Punkt, über den ich nachgedacht habe. Wenn ich die limitierte 103 mir gekauft hätte und jetzt sehe, dass die 104, die ja eine Art Dreizeiger-Variante der 103 ist, mit exakt dem gleichen Ziffernblatt als nicht limitierte Variante kommt, würde ich schon ins Grübeln kommen. Aber ich habe mit Besitzern der limitierten 103 gesprochen, die das anders sehen. Insofern steht mir hier kein Urteil zu. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass Sinn sehr, sehr viel Farbe ins Spiel bringt. Und dieses metallische Grün auf dem Ziffernblatt ist wirklich ein Hingucker und echt ein Knaller. Das kann man nicht anders sagen. Die zweite Uhr, die ich euch zeigen möchte, beziehungsweise die Sinn jetzt im Rahmen der Frühjahrsvorstellungen herausgebracht hat, ist ein Jubiläumsmodell anlässlich des 60-jährigen Firmenbestehens. Es ist die 144 STS Jubiläum 2, limitiert auf 600 Stück. Die Uhr hat die typischen Maße der 144 Serie, 41 mm im Durchmesser, 20 mm Wandanstoß, eine Bauhöhe von 14,5 mm und mit 200 m auch ausreichend wasserdicht. In der Uhr ist die AR-Trockenhaltetechnik verbaut und unter der schwarzbeschichteten Oberfläche befindet sich ein tegmentiertes Stahlgehäuse. Die Uhr wird ausgeliefert, sowohl mit einem integrierten Silikonband und einem Stahlband zu einem Preis von 3.250 Euro. Die farbliche Gestaltung der Totalisatoren ist neu, hat es so bei einer 144 meines Wissens noch nicht gegeben und macht die Uhr sehr, sehr sportlich und in meinen Augen auch ein sehr, sehr schönes Modell. Zwei Sachen sind mir beim Silikonband aufgefallen. Zum einen, es scheint eine Neuentwicklung zu sein, weil es wunderbar integriert ist in das Gehäuse der 144. Die anderen Bänder würden an dieses Gehäuse so nicht passen. Also wirklich klasse. Und eine zweite Sache und da ist Sinn überhaupt nicht drauf eingegangen. Man sieht es aber bei einigen der Produktvideos und auch auf den Produktbildern der Internetseite. Die kleine Falschließe des Silikonbandes scheint überarbeitet worden zu sein. Es gibt nicht mehr den Spalt zwischen den beiden Enden, sondern es ist eine komplette Oberfläche ähnlich der neuen großen Schließe, wo es auch keinen Spalt mehr gibt. So dass, wenn sich das Band bewegt, hier nichts offen klafft oder unschön aussieht. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, ob es diese Schließe auch für andere Bänder geben wird. Bei dem Jubiläumsmodell der 144 sieht es so aus, als wäre die kleine Falschließe für das Silikonband überarbeitet worden. Die nächsten beiden Neuerscheinungen dieses Frühjahrs sind zwei 358 Fliegeruhren. Einmal die 358 SA Flieger BE mit dem blauen Ziffernblatt und die DS mit dem Dekorschliff. Auch hier die üblichen Maße dieser Modelllinie 42 mm im Durchmesser, 22 mm Bandanstoß, 15 mm Bauhöhe und 100 m wasserdicht. Verbaut ist das SW500 und die Preise bewegen sich bei 2750 Euro am Lederband, 2950 Euro am Silikonband bzw. 3040 Euro am Stahlband. Rein von der Optik her finde ich die blaue sehr gelungen. Ich mag diesen Wechsel und das Changieren des Sonnenschliffs, insbesondere auch den Wechsel des Sonnenschliffs zwischen Blatt und Totalisatoren, gefällt mir ausgesprochen gut. Allerdings bin ich mit mir selber noch nicht ganz sicher, ob dieses Blau bei einer Fliegeruhr, bei einer Spezialuhr, bei einer Toolwatch wirklich gut ist. Wenn man die Uhr jenseits des ursprünglichen Einsatzzweckes als Fliegeruhr, als Alltagsuhr und als Freizeituhr trägt, grandios. Wirklich richtig, richtig schön und gefällt mir unglaublich gut. Das in Anführungsstrichen zerkratzte Ziffernblatt der DS, DS steht für Dekoschliff, finde ich bei diesem Modell richtig gelungen. Insbesondere auch, weil die Totalisatoren schwarz geblieben sind und dem Schliff nicht folgen, was einen wunderschönen Wechsel zwischen dem Dekoschliff und den Totalisatoren gibt. Das gibt der Uhr nochmal ein ganz, ganz anderes Erscheinungsbild, als es bei der U1 DS ist, die ich als nächstes zeigen werde. Hier finde ich es ausgesprochen gelungen. Erinnert ein klein wenig an die Farbgestaltung der Diapal-Modelle, aber nur ein klein wenig. Und hier gefällt mir das wirklich richtig gut bei der 358 SADS. Ein weiteres Modell mit Dekoschliff hat Sinn mit der U1 DS gezeigt. Die U1 DS ist limitiert auf 500 Stück. Ach, habe ich eigentlich gesagt, dass die 144 auf 600 Stück limitiert ist für 60 Jahre Firmenjubiläum. Ich glaube, ich habe es erwähnt, ja. Und die U1 DS ist limitiert auf 500 Stück. Hier kann man das Ziffernblatt in der ganzen Fläche mit dem Dekoschliff sehen. Das Schöne ist, jedes Ziffernblatt wird individuell gefertigt, sodass jedes Ziffernblatt ein Unikat ist und jeder seine ganz spezielle Uhr hat. Und wenn er sich einmal das Muster des Schliffs eingeprägt hat, seine Uhr anhand des Ziffernblattes auch jederzeit erkennen kann. Die Maße der U1 sind wieder absolut typisch für die Modellreihe. 44 mm im Durchmesser, 22 mm Bandanstoß, Bauhöhe 14,7 mm und 1000 m Wasserdichtigkeit. Verbaut ist das Werk Selita SW200 und die Preise liegen am Lederband bei 2200 Euro, am Silikonband bei 2470 Euro und am Stahlband bei 2500 Euro. Jetzt springe ich zur letzten Uhr in der Übersicht, weil ich mir die beste zum Schluss aufheben möchte. Die sechste Neuvorstellung dieses Frühjahrs ist die U50 S Perlmut S. Die U50 ist ja der kleine Bruder in Anführungsstrichen der U1 mit einem Durchmesser von 41 mm, 20 mm Bandanstoßbreite und 11,15 mm Bauhöhe. Bis 500 m Wasserdicht und angetrieben von dem Selita SW300. Diese Uhr ist komplett schwarz, das heißt das Gehäuse und Band sind tegmentiert und dann schwarz-Hartstoffbeschichtet. Zeiger und Indizes sind ebenfalls schwarz und das Ziffernblatt ist aus Perlmut. Sehr sehr außergewöhnlich, mir persönlich sagt die Uhr nicht zu 100% zu, aber ich bin ganz sicher, sie wird ihre Fans und Käufer finden. Mir haben aber auch die Perlmutziffernblättern in der 556 nicht so gut gefallen. Insofern ist es eigentlich nur konsequent, dass mich auch diese Uhr nicht zu 100% anspricht. Preise liegen hier zwischen 2450 Euro am Lederband, 2750 Euro am Silikonband und 2840 Euro am Stahlband. Somit habe ich euch jetzt sechs der sieben neuen Uhren dieses Frühjahrs gezeigt und die letzte Uhr ist wirklich ein Knaller und war, glaube ich, für die allermeisten Fans, die auf die Neuerscheinungen gewartet haben, eine echte Überraschung. Und zwar handelt es sich um eine ganz neue Modellreihe, um ein ganz neues Modell und nicht nur eine farbliche Gestaltung oder Abwandlung. Es ist die SIN 717. SIN 717 deshalb, weil sich das Design der gesamten Uhr an der Navigationsborduhr 17ZM orientiert. Die Navigationsborduhr 17ZM ist unter anderem verbaut in den Tornados bzw. war in den F-104 Starfighter sowie auch in unterschiedlichen Hubschraubern und Helikoptern mit militärischem Hintergrund, wie zum Beispiel dem Bölko B-O-105. Diese Uhr ist in mehrerer Hinsicht eine Neuentwicklung bzw. bietet sinneigene Entwicklungen an. So ist zum Beispiel das Werk SZ01 verbaut, eine von SIN getriebene Entwicklung eines Standardwerkes, um eine Stopp-Minutenanzeige aus der Mitte heraus zu realisieren, was die Ablesbarkeit der Stoppzeit extrem vereinfacht und wirklich eine sehr, sehr schöne Sache ist, die ich ganz toll finde. Das Gehäuse ist schwarz-hachtstoffbeschichtet, was bedeutet, es ist auch tegmentiert und in der Uhr ist auch die AR-Trockenhaltetechnik verbaut. Soweit haben wir bekannte SIN-Technologien und bekannte SIN-Entwicklungen. Was aber neu ist und was diese Uhr in meinen Augen wirklich zu das ganz Besondere macht, ist der innenliegende Drehring, die innenliegende Lunette, die sich nicht, wie es bei der 9.03 aktuell der Fall ist, über eine zusätzliche außen in Höhe der 10 Uhr Position liegende Krone bedienen lässt, sondern diese Lunette lässt sich wie bei dem ursprünglichen Navi-Timer von Breitling über eine Drehung des Deckglases einstellen, ohne dabei an Wasserdichtigkeit zu verlieren. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht, trotz des drehenden Deckglases und das finde ich klasse. Mir fällt aktuell keine andere Uhr ein, die ein solches Feature bietet und das ist wirklich richtig, richtig toll. Die Uhr ist aber dafür auch kein Schnäppchen. Die Uhr kostet am Lederband 4.650 Euro und am Silikonband 4.950 Euro. Sie ist nicht limitiert, das heißt es ist ein neues Standardmodell. Vielleicht folgen noch andere Modelle, die sich an andere Navigationsborduhren orientieren, das weiß ich nicht. Es würde sich aber anbieten, in dieser Produktlinie auch andere Navigationsborduhren an den Arm zu bringen. Die Maße der Uhr sind sehr imposant. Wir haben hier ein Gehäuse mit 45 Millimeter Durchmesser, für SIN relativ ungewöhnliche Bandanstoßbreite von 24 Millimeter, eine Bauhöhe von 15,3 Millimeter sowie eine Wasserdichtigkeit von 200 Meter. Ja, das war meine Übersicht über die Neuerscheinungen von SIN im Frühjahr 2021. Lasst gerne eure Kommentare da, was ihr davon haltet, wie euch die Uhren gefallen, ob euch diese Art der Präsentation gefällt, wenn ich mal nicht irgendwo hinfahren kann, ob ihr sowas auch mögt oder ob ich das zukünftig auch sein lassen kann, weil es keinen interessiert. Bleibt gesund, geht Corona aus dem Weg und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.